Jolantru und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer kleinen A-Z-Offizierserie. Bevor ich aber über den nächsten epischen Offizier spreche, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch diese kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Jetzt schauen wir uns aber erst mal Michael Burnham an. Den Namen habe ich in der Serie noch nie verstanden. Also es gibt ja einige Namen, die sowohl für Männer als auch Frauen sind. Michael hatte ich da jetzt in dem Zusammenhang aber noch nie gehört, aber man lernt ja immer dazu. Und dich wundern konntest du natürlich nur, wenn du die Serie Star Trek Discovery gesehen hast, dann kennst du auch Michael Burnham. Sie ist aus der Klasse Forschung. Das bedeutet, man braucht Forschungsabzeichen, um sie abzugraden. Sie gehört zur Gruppe Discovery-Besatzung. Fällt einem nicht schwer, das zu glauben, wenn man die Serie kennt. Das bedeutet, wenn sie Captain ist, bekommt sie Synergien von anderen aus der Gruppe, die mit auf der Brücke sind. Oder sie kann eben einem Captain aus der Gruppe Synergie geben, wenn sie mit auf der Brücke ist. Und sie gehört zur Fraktion Föderation. Das bedeutet, du brauchst Föderationsfraktionscredits, um sie abzugraden. Weil sie eben aus einer der Serien ist, gibt es einen etwas längeren Text. Ist jetzt nicht einer von den ganz langen, aber immer ein längerer. In der Infobox ist ja immer ein Text zu jedem Offizier, der erklärt, wer das ist. Und wenn du Discovery eben nicht gesehen haben solltest, was jetzt nicht der größte Verlust ist, meiner Meinung nach. Ich habe auch die fünfte Staffel zu Ende geguckt, aber es ist jetzt nicht meine persönliche Lieblings-Star-Trek-Serie. Aber dann, wenn du sie nicht gesehen hast, erfährst du eben hier in der Infobox ein bisschen mehr über den Charakter von Michael Burnham. Wie du schon hören konntest, hat sie ein Kapitänsmanöver und eine Offiziersfähigkeit. Das Kapitänsmanöver ist standhaft. Und Michael Burnham erhöht die Impulsgeschwindigkeit des Schiffes um 15%. Das habe ich früher öfter mal benutzt. Also man hat ja ein paar Offiziere, die die Impulsgeschwindigkeiten erhöhen. Das sind Klar und Pan, die sind da besser. Und na eben Burnham. Und das habe ich trotzdem von Zeit zu Zeit mal genutzt. Zum Beispiel, wenn ich Pan gerade auf einer Außenteam-Mission hatte, für Sachen, wo ich wirklich mehr Impulsgeschwindigkeit brauchte, weil man wieder ganz viele Feinde schießen musste und sowas. Da ist das schon sehr hilfreich. Und dann kam aber Enterprise E, Riker. Und der hat das Ganze dann nochmal richtig auf den Kopf gestellt. Wenn ich jetzt Geschwindigkeit brauche beim Impuls, nehme ich natürlich Riker. Aber für den einen oder anderen, der Enterprise E, Riker noch nicht hat zum Beispiel, könnte das interessant sein. Was ich öfter nutze, ist die Offiziersfähigkeit intuitiv. Im Kampf gegen Spieler entfernt Michael Burnham pro Angriff, der den Gegner trifft, 85% des Gesamtangriffs aller Offiziere auf deinem Schiff von den Schildtrefferpunkten des Gegners. Das heißt, du kriegst nochmal sozusagen ein paar Bonus-Schildtreffer. Und das nutze ich tatsächlich aus. Du siehst, dass Burnham im Moment auf einem meiner Schiffe ist. Wir haben jetzt gerade, wo ich das filme, eine Gebietsverteidigung. Und da braucht man ja ganz viele PvP-Crews. Ich habe natürlich die großen Standard-Crews dabei. Jetzt die Spiegel-Universums-Crew. Dann die ganzen Deep Space Nine-Crews. Freeman jetzt gerade nicht, weil ich Worf jetzt zu meinen Spiegel-Offizierleuten gesteckt habe. Aber ich habe ja mehr Schiffe, also brauche ich da noch mehr. Und dann habe ich eben auch noch eine Discovery-Crew mit dabei. Und da benutze ich auch gerade ein bisschen die Geschwindigkeit da nochmal, weil ich Burnham da als Captain eingesetzt habe, unter anderem. Und sie ist halt auch ein PvP-Offizier. Aber als sie eingeführt wurde, war sie da tatsächlich mit anderen aus der Discovery-Truppe dann doch um einiges effektiver als heute. Aber nichtsdestotrotz will ich auf jedem Schiff eine PvP-Crew haben. Wenn ich dann von einer stärkeren PvP-Crew erwischt werde auf meinem Schiff. Du siehst, es ist Schiff E. Das ist jetzt keins meiner ersten Schiffe. Dann ist das halt so. Aber ich will halt auch immer noch alle Möglichkeiten nutzen, die ich habe. Als epische Offizierin hat sie aber auch drei Fähigkeiten für Außenteam-Missionen, die du dann nutzen kannst. Das ist einfallsreich, genie und impulsiv. Die sind auch gut gefragt bei den Außenteam-Missionen. Ich nutze sie, wie gesagt, immer noch auf meinen Schiffen für die Gebietsverteidigung, für die unendlichen Einfälle und so weiter. Wenn ich mehr Schiffe mit solchen Besatzungen bestückt habe. Und daher schicke ich sie jetzt nicht raus zur Außenteam-Missionen. Aber wer weiß, was im nächsten Erzählbogen noch so an Offizieren kommt aus dem Spiegel-Universum. Wenn ich dann Wharf zum Beispiel bei den Spiegel-Offizieren nicht mehr brauche und wieder die komplette Freeman-Crew einsetzen kann, dann ist diese Crew zum Beispiel über. Und dann schicke ich Burnham auf Außenteam-Missionen. Natürlich möchtest du auch wissen, wo man sie herbekommt. Und ich habe ja zum Glück meine eigenen Grafiken, wo es draufsteht. Deswegen kann ich es da mal abschreiben. Aber beim Film muss ich dann trotzdem noch mal kurz drauf gucken. Aber da können wir dann zu den normalen Rekrutierungsgeschichten gehen. Einmal ist sie mit drin bei den Ultra-Rekrutierungen. Das ist natürlich keine einfache, weil hier massenhaft Offiziere drin sind und die Wahrscheinlichkeit für einen ganz bestimmten Offizier dann jetzt nicht besonders hoch ist. Aber die Token bekommst du schon regelmäßig im Spiel und kannst halt das Glück haben, dass du hier dir Burnham holst. Aber du siehst, ich habe jetzt nicht mega viele Teile von ihr. Dann ist sie auch noch da drin, wo man sie natürlich erwartet, nämlich in der Discovery-Rekrutierung. Da ist Michael Burnham mit drin. Da hast du natürlich eine bessere Chance als im Ultra-Teil. Die Teile verdienst du dir ja immer über das Event am Sonntag. Wenn du eine Discovery hast, ist das ja schnell gemacht. Viermal mit der Discovery springen und das Event ist erledigt. Und dann bekommst du was, was du in der Referinerie umtauschen kannst. Und da bekommst du dann hoffentlich diese Discovery-Rekrutierungstoken und kannst dann hier das Glück haben, dass du Burnham dann immer wieder bekommst in der Discovery-Rekrutierung. Dann gibt es noch was, was, wenn ich den Plan jetzt richtig im Kopf habe, in einer guten Woche kommen soll, nämlich wieder das Schmelztiegel-des-Krieges-Event. Da bekommst du ja je nach Level ein oder zwei Rekrutierungen hier im Rekrutierungsbereich noch dazu. Und da ist dann Burnham auch mit drin. Und da hast du nochmal die zusätzliche Chance, ein paar Burnham-Teile zu bekommen. Natürlich möchte ich wie bei allen Offizieren von dir wieder wissen, wie setzt du Burnham ein? PvP-Crew, als Speed-Crew, Außenmissionen. Das ist dann sicherlich auch interessant für die anderen Zuschauer. Aber auch wenn du ganz normal Fragen zum Spiel hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.